Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ein Hardware-Check und wir nehmen uns jetzt die Screenbar-Light von BenQ vor. Die habe ich ja in einem Video schon mal vorgestellt oder zwei Videos, ich weiß es jetzt gar nicht vorgestellt. Jetzt habe ich sie ein paar Wochen getestet, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich den Laptop seit ich den PC habe, nicht mehr so oft nutze. Aber ich habe jetzt schon die Screenbar-Normale-Version für den PC vorgestellt, die habe ich immer noch oben bei mir am PC, da bin ich immer noch megamäßig zufrieden, aber das Ding für Laptop auch nochmal wirklich ein Schmackerlchen. Kommen wir erstmal zum, bevor wir zur Screenbar an sich kommen, zur Verpackung und was um die Screenbar herum ist. Positiv, erstens ist ein Karton mit bei aus Plastik. Da kann man dann die Screenbar, wenn man sie nicht nutzt, reinmachen. Die hat hier auch Verschlüsse, wenn ich sie jetzt so mit einer Hand aufkriege und da kommt die dann so rein. Sieht man das? Da kommt die dann so rein. Da würde ich mir vielleicht noch hier an der Seite, also hier oder auf der anderen Seite halt einen kleinen Schlitz wünschen, wo ein Adapter drin ist für USB-C. Also ich brauche den jetzt nicht, aber so im Freundes- und Bekanntenkreis, die sich das Ding auch bei mir angeguckt haben, die dann Mac nutzen oder halt neuere Laptops mit USB-C, die schon gar keinen USB mehr haben, also normalen USB, da würde ich mir dann vielleicht noch einen Adapter wünschen von USB-C auf USB. Aber das ist nur Meckern auf sehr hohem Niveau. So, dann haben wir ja hier die Screenbar. Ich muss das erstmal so richtig machen. So, da ist sie. Und negativ finde ich, also nicht doll negativ, aber schon ein bisschen. Hier ist richtig Spannung drauf. Ich würde mir wünschen, dass man hier vielleicht noch zwei, drei Zentimeter mehr dazu macht, vom Kabel her, bei der nächsten Version. Für 15 Zoll und 13 Zoll Laptops ist das wirklich sehr gut geeignet. Ich habe es am Gaming-Laptop getestet, aber auch hier. Und ja, hier ist wirklich knapp. Hier ist wirklich, weiter oben habe ich keinen USB. Ich habe hier oben keinen. Ich habe nur mein drei USB hier unten, also hier noch zwei. Und da würde ich mir echt ein bisschen mehr Kabel wünschen. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. So, dann haben wir hier die Screenbar. Die könnt ihr einmal an der Screenbar direkt steuern und einmal über die App. Die App kann ich euch zeigen, aber die funktioniert bei mir nicht. Ja, man kann den Monitor damit hell und dunkel machen und die Screenbar. Oben sind die Tasten, die auch an der Screenbar sind. Da sind die Einstellungen und da sind die Einstellungen für Monitor. Ich zeige euch mal mit hell und dunkel vom Monitor. Kann man vielleicht ein bisschen besser, kann man vielleicht sehen, dass der Monitor dunkler wird und jetzt wieder hell. Funktioniert super. So, und die Screenbar, ja, da passiert gar nichts. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf weiß zu gelb machen, passiert auch nichts. Also mit der Screenbar funktioniert das nicht. Ist eine Screenbar-App. Warum die bei meinem Laptop nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe sie am anderen Laptop, habe ich sie ehrlich gesagt gar nicht getestet. Ich mache das immer direkt an der Screenbar, aber selbst das funktioniert wirklich hervorragend. Ich muss mal die Screenbar nochmal ausmachen. Na, wo ist der? So, und dann kann ich euch das nochmal zeigen. Da ist ja die Linse. Sieht man das? Da ist die Linse von der Kamera. Selbst die wird ausgespart. Also man kann das hier so drüber machen. So, mit der Klemme. Und dann ist die so. Aber dadurch, dass die Screenbar hier oben ist, wird von dem Cam, wenn man sich selber sieht, so ein bisschen abgeschnitten. So müsst ihr euch jetzt vorstellen, der Bildschirm ist das Cam-Fenster. Also das, was der Kollege von euch sieht. Und das, was jetzt nicht mehr Bildschirm ist, was über dem schwarzen Bildschirm ist, was die Screenbar ist und die Lücke dazwischen, das würde er denn so sehen als Screenbar oben. Also hat euch nicht mehr ganz drauf. Aber die nutzt sowieso kaum einer, die Laptop-Cam, würde ich jetzt sagen. Also ich kenne keinen, der die freiwillig nutzt. So. Dann kommen wir jetzt mal zur Screenbar. Ich neige die jetzt mal so ein bisschen nach unten, dass wir uns die mal angucken können. Wo war er denn? Da ist er. Ne, da ist er nicht. Da ist er. Ja, die Tasten sind nicht beleuchtet. Das ist vielleicht ein kleines Manko. Das könnte man vielleicht nächstes Mal machen, dass alle beleuchtet sind und nicht nur die, die gerade an sind. Dass die anderen wenigstens so ein bisschen schwach beleuchtet sind oder so. Aber, ja, sind sie nicht. Ich habe auch noch die Folie drauf, damit ich das nicht so schnell mit dem Finger abdrücken, tatschen und so. Hier drüben ist der Lichtsensor. Da. Und so. Und wenn die jetzt an ist, so. Ich habe die jetzt mal so gemacht. Ja, die Tastatur wird sehr gut beleuchtet. Man kann die auch noch weiter rausdrehen. So. Die geht richtig weit raus. So. Bis so. Ja. Also mein Bildschirm ist jetzt ein bisschen schräg. Deswegen habt ihr das gesehen. Normalerweise sieht man die Screenbar nicht. Und die leuchtet, auch wenn ihr das jetzt meine Hand so ein bisschen beleuchtet, sieht, die leuchtet nicht den Bildschirm an. Also ihr habt keine, überhaupt, wirklich, überhaupt keine Spiegelung auf eurem Bildschirm. Dass irgendwie ein Prisma oder irgendwas, was umleitet, das leitet wirklich das Licht dahin, wo es hin soll. Und zwar hier runter. Ja, seht ihr das? Ich mache jetzt mal aus. So. Und nochmal an. Könnt ihr das im Vergleich sehen. Und so. Jetzt mache ich mal ganz runter. So. Jetzt ist sie ganz runter. Selbst wenn sie ganz runter ist, leuchtet sie nicht den Bildschirm an. Ich kann immer noch alles super erkennen. Und jetzt richten wir die mal auf, dass ihr halt sehen könnt, was da alles beleuchtet wird. So. Und so habe ich jetzt eigentlich, ne, ich habe sie noch ein Stück weiter. So habe ich jetzt eigentlich immer gehabt, dass hier alles schön beleuchtet ist. Auch daneben wird noch ein bisschen beleuchtet. Und hier neben wird ein bisschen beleuchtet. Aber der Bildschirm nicht. So. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten aufnehme für euch. Und dann haben wir einmal hier den Powerknopf. Dann haben wir hier einen Knopf, der die, ja, der das Umgebungslicht abcheckt mit dem Sensor hier drüben. Und euch das Licht so anpasst, wie ihr haben wollt. Dann haben wir hier einen blauen Pfeil und hier einen braunen Pfeil. Und in der Mitte sind zwei nochmal. Die sind Multifunktionsknöpfe sozusagen. Also Plus und Minus ist klar. Einer ist blau, einer ist gelb. Das heißt, wenn ihr hier den ersten drückt, dann könnt ihr die Farbtemperatur auswählen. Und dann könnt ihr mit blau und gelb, also bräunlich, auswählen, ob ihr mehr so ein blaues Licht oder mehr so ein bräunliches Licht wollt. Ich mache mal an, dann seht ihr mir vielleicht ein paar Knöpfe. Und wenn ihr das zweite drückt, also hier, wartet mal, ich mache mal das erste. So, da ist dann so ein, ja, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt, so ein Thermometer abgebildet. Und dann könnt ihr halt dann sagen, wie die Farbtemperatur sein soll. Ihr könnt aber auch das nächste drücken. Seht ihr das blau und braun on? Also leuchtet. Und da ist dann eine Sonne abgebildet. Das heißt, so, damit könnt ihr dann auch wieder mit blau und gelb die Helligkeit einstellen. Das werden wir auch gleich alles testen. Und hier drüben haben wir noch ein Herzsymbol. Ja, das heißt, wenn ihr dann eure perfekten Einstellungen habt, also jetzt seht ihr total gelb. Wartet mal, ich mache nochmal mit Umgebungslicht. So, jetzt passt das an mit einem Umgebungslicht. Ihr seht sehr weiß. Ich mag das aber nicht so sehr weiß. Ich, abends wegen Augenschonend und so, finde ich es so gelblich eigentlich viel angenehmer. Und ich drücke jetzt einfach mal nur das Herz und ich habe ein gelbes Licht. Ich mache nochmal, Moment. So, jetzt passt das an, der Umgebungshelligkeit. Und jetzt drücke ich das Herz. Boom, gelb. Dafür, wenn ihr dann eure Einstellungen gefunden habt, müsst ihr das Herzsymbol drei Sekunden gedrückt halten. Und dann, ich zeige es euch mal, also drei Sekunden gedrückt halten. Und dann blinkt das alles auf und dann ist es gespeichert. Und die Funktion bleibt dann so lange, bis ihr da was ändern wollt. So, jetzt werden wir aber erstmal das mit der Farbtemperatur, erstmal machen wir mit der Helligkeit. So, ich zeige euch das mal so. Da könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ich drücke da die Sonne. Ja, und dann drücke ich hier einfach den gelben. Oh, da muss ich blau drücken. Ja, blau wird. Blau nimmt ab. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vernünftig erkennen könnt, dass die Helligkeit hier abnimmt. Ich werde jetzt nochmal ganz hell machen. So, da seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Ja, und hier braucht ihr auch nicht drücken. Einfach hier drückt halten. Da wird es dunkler. Also es ist hier dunkler, als es bei euch offen, also wenn ich es hier in der Cam sehe. Ja, und dann drücke ich hier oben einfach daneben das Symbol mit dem Thermometer. Und da kann ich dann hier blau dazu machen. Beziehungsweise jetzt nur blaue LEDs. Machen wir nochmal das Licht. So, und jetzt machen wir das Licht mal hier komplett hell. Hoppala. Das blaue, so. Und das blaue nochmal komplett dunkel. Zack. Und wenn euch das halt, wie gesagt, nicht hier fällt, dann könnt ihr dann halt Temperatur und dann könnt ihr dann nach und nach so ein bisschen gelb dazu machen. Das ist jetzt reines gelb. Und jetzt haben wir hier eine Mischung aus gelb und weiß. Das sieht dann auf dem Bildschirm so aus. Ich mache nochmal hier die Helligkeit. Und wenn ich jetzt das Herz drücke, also meine Einstellung, die ich immer nutze, ist eigentlich das. Und das kann ich mir dann einfach mit der Helligkeit hier noch ein bisschen runter regeln. So, zack. Oder komplett hell. Und ich habe es eigentlich immer so. So, sieht man das vielleicht ein bisschen? Ich hoffe. So, ich zeige euch das nochmal, dass man das speichern kann. Äh, da ist das Herz. So, alles blinkt. So, hoppala. Ja, durch das Ganze hin und her machen, ist mir die gerade abjangen. Aber das ist mir die ganze Zeit nicht passiert. So, und jetzt machen wir nochmal das Licht anerkennen. Ach, Licht checken. So, und jetzt drücke ich das Herz. Und ihr seht, es ist nicht mehr so hell wie vorhin und es auch nicht weiß. Es ist wirklich dieses gelbliche. Ja, und das ist wirklich klasse. So, wie gesagt, ich habe die jetzt ein paar Wochen im Test und bin damit eigentlich sehr, 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 sehr zufrieden. Die ist wirklich richtig geil. Das Einzige, aber das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, meckern auf hohem Niveau. Die meisten, die einen Laptop mitnehmen und sowas haben wollen oder so, die haben halt einen 15 Zoll oder einen 13 Zoll Laptop. So, da würde ich mir dann halt wirklich dann noch ein bisschen mehr Kabel wünschen. Wie gesagt, für die Mac-Nutzer halt so einen USB-C-Adapter da drinne. Aber das ist wirklich meckern auf absolut hohem Niveau, weil sonst die Lampe hat mich keiner, keinesfalls irgendwie in Stiche lassen oder sonst. Die hat wirklich ein angenehmer Licht gemacht. Ich konnte es immer schnell einstellen, habe da keine Probleme gehabt oder irgendwas dergleichen. Das Einzige, was halt sehr kurios ist mit der App. Aber wie gesagt, die habe ich nur ein, zweimal versucht zu nutzen und auch erst viel später. Ich habe das eigentlich die ganze Zeit immer an der Lampe gemacht, weil ehrlich gesagt, ist mir das auch zu blöde, da immer so eine App zu öffnen, um da das Licht einzustellen. Also weiß ich nicht. Wenn ihr hier guckt, so, dann Mauspad rüber, also schieben, bestätigen und dann, dass die App angeht. Ja, das ist, wenn ich hier so sitze und schreibe, ja, dann gehe ich halt hier hoch und drücke die Tasten, bumm, bumm, bumm und fertig ist, da brauche ich hier eine App. Also, das ist meine persönliche Meinung. Für mich, schön, dass sie da ist, aber für mich jetzt ehrlich gesagt, brauche ich jetzt nicht wirklich, da man die Screenbar über die Tasten extrem geil bedienen kann. Wirklich schmal, wie gesagt, ein Plus, ein Minus und damit macht man Helligkeit und Licht und schaltet es dann halt hin und her. Man hat so eine Memory-Funktion, also ein Herz, wie ihr es vom PC vielleicht auch kennt. Um die Einstellung, die euch persönlich besser gefällt oder am liebsten gefällt, zu speichern. Ja, wie gesagt, ich habe die einmal eingestellt und danach nicht mehr. Ich habe dann mein Herzsymbol gedrückt, habe die angemacht, habe mein Herzsymbol gedrückt und dann war das Licht, so wie es sein soll. Und ich habe keine Probleme gehabt. Manchmal vielleicht ein bisschen heller oder dunkler gemacht, aber vorränglich habe ich eigentlich mein Herzsymbol benutzt, ehrlich gesagt. Also einmal eingestellt, reicht das eigentlich aus. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Vom Preis her finde ich es ein bisschen teuer. Ich habe sie von BenQui ja zur Verfügung gestellt bekommen. Die kostet, boah, ich hatte damals geguckt, wo ich sie gekriegt hatte, da hat sie, glaube ich, 99 gekostet. Wenn man da vielleicht noch so 60, 70 Euro anpeilen könnte, werdet vielleicht für viele noch ein Kaufgrund, denke ich mal. Weil 99 Euro finde ich schon ein bisschen viel. Aber sie ist geil verarbeitet. Sie macht, was sie soll. Mit der Box ist halt auch nicht selbstverständlich, dass jeder Hersteller an sowas denkt. Ja, ist eine Screenbuff hier unterwegs oder so. Oder Laptop. Dann müsste man auch eine Verpackung machen, wo man die halt immer wieder sicher reinpacken kann. Die meisten Hersteller machen dann immer eine Lampe. Ja, und dann baust du die an. Wenn du sie nicht brauchst, musst du sehen, wo du sie hinpackst. Und hier haben wir dann halt einen Karton. Den können wir mit in die Laptop-Tasche packen oder mit unter den Tisch oder in den Schrank, wenn der Laptop nicht benötigt wird. Und da ist sie in Sicherheit. Also das ist von mir schon mal ein Pluspunkt, dass man an sowas denkt. Das ist halt heutzutage leider nicht selbstverständlich, dass an sowas gedacht wird. So. Dann soll es das jetzt soweit auch jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre. Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch auch den Amazon-Link reinmachen in die Beschreibung. Ich werde euch den Link zur App in die Beschreibung machen. Ich werde euch auch nochmal die anderen beiden Screenbars, die BenQ hat, reinmachen für den PC. Das ist einmal die, die ich habe. Da werde ich euch auch in die Infokarte das Video oder die Videos verlinken von der Screenbar, die ich gemacht habe. Und dann gibt es noch eine für den PC mit so einem Drehrad. Da kann man dann halt alle, die braucht man nicht an der Lampe stellen. Da hat man so ein Drehrad. Da kann man alles stellen. Auch sehr geil. Die habe ich aber selber leider noch nicht testen können. Also da kann ich noch gar nichts zu sagen. Ich habe nur das kleinere Modell davon gehabt. Und die habe ich immer noch im Einsatz und bin davon auch sehr zufrieden. Also da kann ich nichts Negatives sagen. Wie sagt ihr, ist die ganze Zeit am PC auch immer an, wenn ich am PC bin. Also da ist mir auch noch nichts Negatives auf der Weine. Qualität ist geil. Verarbeitung ist geil. Also ich kann echt nichts Negatives sagen. Wir packen nur halt diese paar kleinen Kriterien, was man vielleicht bei der nächsten Generation verbessern könnte. Aber sonst tiptop Lampe. Kann ich nicht anders sagen. So, ich verabschiede mich jetzt. Wie gesagt, Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.